Wir haben eine Menge Boden in Wasser abzudecken und einige dieser Inseln befinden sich in sehr gefährlichen Gefilden. Doch seiner Worte ist der freudige Ausbringer als das Augen nicht verschwunden. Keine Sorge, ich habe alles schon geplant. Zunächst führen wir dich ein bisschen an die Sache heran. Mit ein bisschen mehr Erfahrung kommst du bestimmt bald auf den Geschmack. Nichts würde uns aufhalten, dich meine ich. Es geht darum, alle Inseln zu erkunden, die bisher nicht auf Karten verzeichnet wurden. Auch nicht die, die nicht einmal einen Namen erhalten haben. Das ist deine Aufgabe, Amico. Du kannst mir nicht erzählen, dass du noch nie eigentlich eine Insel benennen wolltest. Ich dachte, wir können mit den Wassern rund um den Außenposten der Gesellschaft bei Port Maje beginnen. Es gibt zwei Inseln in dieser Region und niemand hat sie bisher wirklich beachtet. Sobald du zurück bist, fahre ich an meine Karten, um mein Buch mit deinen Informationen zu füttern. Oh, das wird einfach wunderbar. Okay. Erkunde die noch nicht kartierten Inseln rund um Port Maje. Sansa, der reizbare Kartograf, den ich am Ankerplatz der Königin getroffen habe, möchte einen umfassenden Führer für die Inseln des Todesfeuers erstellen. Allein kann er diese Aufgabe allerdings nicht erledigen. Sansa, der Kartograf am Ankerplatz der Königin hat mich gebeten, die bisher noch nicht kartografierten Inseln des Todesfeuers zu erkunden. Er hat vorgeschlagen, dass ich mit den zwei bisher noch nicht kartierten Inseln nördlich und südlich vom Port Maje beginne. Ja, und wir haben Achievements bekommen. Ein neues. Bringe deine erste Schiffsverbesserung an, repariere dein Schiff. Stadtfester Verbündeter, verschaffe dir die maximal positive Reparation mit einem Gefährten. Erreiche eine Kartake. Oh, wie habe ich denn das jetzt geschafft? Mit wem habe ich denn Reputation, ne? Herzthof? Äh. Achso, das hier sind die Dinger hier. Aber ich sehe nicht Übersicht. Okay. Hey. Ich sehe nirgendwo die Reputation zwischen mir und den Leuten, ehrlich gesagt. Also ja, ich sehe meine eigene Reputation, aber ich sehe nicht, wie die Leute auf, also wie meine Gruppenmitglieder auf mich zu sprechen sind. Da steht keine Reputation, hier in der Übersicht steht ja auch keine. Ne? Aktuelle Effekte, Waffenkunde, Fähigkeiten, ja. Ich weiß nur, wie die Reputation zwischen den Leuten ist, aber nicht meine eigene. Aber auch gut. Können wir dich nochmal anreden? Ja, zeig mir mal deine Wahn. Zauberbuch des Abenteurers. Mhm. Dietrich hier ein Fernrohr. Ferngäser erlauben ist, dir von deinem Schiff aus ein Objekt an Land zu sichten und bieten ebenfalls spezielle Möglichkeiten bei Begegnung in aller Welt. Ah ja. Dann haben wir hier jede Menge Bücher und ein paar Schriftrollen. Mhm. Oder Schlangenhautzauberbuch. Gut. Ja, trotzdem irgendwie schön, wenn man in Zauberbüchern die Zauber ändern könnte, weil Edda hat sein Zauberbuch hier. Aber ich kann mir nur ansehen, was die Zauber machen. Ich kann sie nicht ändern. Das wäre echt nicht schlecht gewesen. Obwohl, kann mir die Hilfe was zeigen? Nö. Und ich wette, wenn ich hier in die Enzyklopädie gucke. Ausrüstung, Schnellauswahl, Seelengebunde Waffen, Versteck, Werkzeuge. Nö. Kampfmechaniken. Wollt's auch nicht sein. Charakterstatistiken sicherlich auch nicht. Und da wissen sie ja auch nicht. Ich gucke da jetzt nicht weiter nach, sonst wahrscheinlich nur noch mehr Zeit. So, wir können jetzt erst hier hoch zum Bad Datto anwesenden. Ich hoffe, das ist nicht zu groß, dass wir nicht damit zu vielen Leuten reden müssen. Willkommen auf dem Bad Datto anwesenden. Du findest Inzyklopädie in ihrem Arbeitszimmer. Ja. Söldlinge heißen die hier. Laro Bad Datto, Bad Datto Helebadia. Bad Datto Schatzkammer. Aber ich unbedingt die Schatzkammer will, ist die Frage. Was ist mit dir? Bist du auf Werke aus oder gehst du nicht so nur die Aussicht? Nera Bad Datto. Laro ist gesund und mutt zum Anwesen zurückgekehrt. Belfetto. Nera lockert den Griff, mit dem sie das Hauptbuch festhält. Sagt Laro, er soll sich aus Schwierigkeiten heraushalten. Ich habe das Gefühl, dass immer noch Rechnungen offen sind. Ich habe nichts, was reiner Wohltheit getan, weißt du? Nichts sage. Ich habe das Gefühl, dass auch immer Rechnungen offen sind. Ach, nichts wurde gelöst, nur aufgeschoben. Hier, für deine Diskretion. Sie überreicht dir einen Münzbeutel und fügt ihr im Hauptbuch einen kurzen Eintrag hinzu, bevor sie es zuschlägt. Du hast Mutter noch nicht getroffen, oder? Nera drückt ihren Daumen gegen ihr Kinn und hinterlässt einen blauen Tintenfleck. Ich bin sicher, sie hat Arbeit für jemanden, der sich um die Familie bemüht. Das sind Schlafzimmer, so wie es aussieht. Und hier oben wird sie dann wohl drin sein. Ah ja, der Neuankümmling. Ich habe mir schon gedacht, dass du mich besuchen würdest. Die Etikette schreibt vor, dass ich zu Diensten sage, aber für solche Lügen führt mir die Zeit. Sehr, sehr schön. Sie startet mit einem kühnen Gesichtsausdruck an, aber steht mit der Haltung eines Kämpfers vor dir. Wird dein Tier Schlamm in mein Anwesen tragen? Fenrir wird sich benehmen. Ich nehme dich beim Wort. Du sahst meinen Sohn mit dem Valera-Jungen dueliessen. Zumindest hat er überlebt, um von seinen Fehler zu lernen. Lass gesehen, wie sich mein Sohn mit dem Valera-Jungen duellierte. Zumindest hat er überlebt, um auf seinen Fehlern zu lernen. Wenn sich die Wege der Valeras und Badatos kreuzen, bleiben nur Blut und Trauer zurück. Esali seufzt und blickt weg. Kannst du dir vorstellen, dass eure Familie jemals Frieden schließen werden? Ich könnte immer ein paar Valeras für dich umbringen. Nein, ich verstehe. Nehmen wir mal doch das Erste. Also niemals. Vielleicht irgendwann einmal, wenn die große Valera-Jungen uns als würdig erachtet, die Gesellschaft zu unterstützen. Wird hat schnell über das kleine Spektakel an den Händen gespürt. Du hast sicherlich alle Augen geholfen. Vielleicht kann der Katnua und Haus Badato helfen. Die Nachricht über das kleine Spektakel in den Hafenanlagen hat sich schnell herumgesprochen. Du hast zweifellos Aufmerksamkeit erregt. Vielleicht können der Wächter von Katnua und Haus Badato einander helfen. Woran denkst du? Du bist neu im Todesfeuer und damit in einer einzigartigen Position, um die Zungen der Valeras zu lockern. Sie tippt sich an das Kinn und zieht dich nachdenklich an. Zilly Valera schrammelt auf einer Laut in der Nähe der Wachtürme. Ein sanftmütiger Junge. Er mag Gesang und trank lieber als die Geschäfte seiner Familie. Er könnte etwas über die Machenschaften seiner Familie verraten. Ich gehe und sehe, was ich aus Zilly Valeras rausbekommen kann. Er legt bei der valianischen Handelsgesellschaft ein gutes Wort für mich ein. Wir haben eine Abmachung. Wirst du, dass ich ihn mir vorknüffe? Was wäre jetzt ein Komplott gegen die Bardettos gibt? Würde der Gouverneur nicht von diesem Verrat wissen wollen? Ich denke darüber nach. Was wäre jetzt, wenn es ein Komplott gibt? Dann werde ich nachts besser schlafen. Er legt zurück mit den Schultern und trotz die Stirn. Meine Hoffnung, dass es keinen Komplott gibt. Mein Liebesglück hängt nicht davon ab, in jeder Sache immer recht zu haben. Würde der Gouverneur nicht von diesem Verrat wissen wollen? Der Gouverneur interessiert sich nur, wie viel leuchtenden Adra wir exportieren können, sonst nichts. Diesbezüglich freue ich mich schon auf den Tag, an dem wir keine Valeraschläger mehr brauchen, um unsere Interessen zu schützen. Ich gehe und sehe, was ich aus Zilly Valera rausbekommen kann. Versuche, die Valeras nicht wissen zu lassen, was wir wissen. Genau das ist der Grund, einen externen Agenten einzusetzen. Mit deinem Nick wendet Zilly ihre Aufmerksamkeit wieder im Schreibtisch zu. Deine Familie scheint hier sehr wichtig zu sein. Meine Bank schuldert die Kosten der Aktivitäten der Valianischen Handelsgesellschaft im Todesfeuer. Man sagt, dass kein Valianer sich ohne Erlaubnis und Unterschrift eines Baddatto den Hintern abwischen könne. Wenn das wahr ist, sollten wir aufhören, ihnen die Hände zu schütteln. Ich bin sicher, dass deine Hände schon Schlimmeres angefasst haben, Bauernjunge. Ihr sah die Mund zockt beinahe zu einem schämischen Grinsen. Warum befehlen sich die Baddatto und die Valeras? Weil wir nicht in das selbe Geschäft gehören. Die Valeras sind Opportunisten und ernten die Früchte des Zufalls. Sie sind kaum besser als die Piraten, mit deren Tötung sie beauftragt sind. Höchstens besser, darin sich selbst was vorzumachen. Der Pirat grinst spöttisch. Du bemerkst etwas Ungewöhnliches? Deine Aufmerksamkeit wird auf Esali Schreibtisch gelenkt. Unter den sortierten Aktenordnern und Dokumenten liegt ein Bronze-Siegel, vor dem noch erhitztes Wachs tropft. Die Tropfen sind von einem mandelförmigen Muster getrocknet, das einem Auge ähnelt. Ein Auge, das mit Vogelfedern gesäumt ist. Für einen kaum wahrnimmigen Augenblick wird es von einem Nickhäutchen überzogen. Hörst du mir überhaupt zu? Esali unterbricht deine Konzentration, indem sie mit ihrer Hand vor deinem Gesicht wedelt. Sie blickt mit einem Stirnrunzen zwischen dir und ihrem ordentlichen Schreibtisch hin und her. Äh, dein Schreibtisch, das Auge. Die schaut wieder auf ihren Schreibtisch, diesmal voller Ungeduld. Ich würde sagen, du bist überarbeitet. Dann lebe mal wohl. Okay, hier stimmt wohl irgendwas nicht ganz. Wir haben aber auf jeden Fall... Ähm... Wo ist es denn, was wir abgeschlossen haben, oder? Haben wir es nicht abgeschlossen? Ja, ein bangendes Gefühl haben wir jetzt jedenfalls gekriegt. Ah, Familienstolz. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020